Sehr gut. Gut, ich würde sagen, wir fangen an. Super, ich freue mich. Also, 3, 2, 1, let's go. Let's go. Hallo und herzlich willkommen zu unserem oder zu meinem ersten Live-Interview auf meiner Facebook-Seite. Das habe ich noch nie gemacht. Ich bin ein bisschen aufgeregt und hoffe, dass die Technik funktioniert. Aber bisher sieht alles gut aus. Super. Und wir haben ja eine ganze Reihe geplant. Da bin ich sehr aufgeregt, ob das auch alles klappt. Bis dann zum letzten Termin dabei. Ich werde jetzt dein ganzes Team kennenlernen, Andreas. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, die freuen sich auch schon riesig auf dich. Wir haben ja ein paar tolle Themen vorbereitet. Worüber reden wir heute? Du hast auch was vorbereitet. Du, ich bin einfach total offen für alle deine akuten Fragen. Es geht ja um prozessorientierte Homöopathie. Genau. Und der Begriff Prozess bedeutet ja, dass man offen ist für alles und ständig bereit ist, alles, was ist, loszulassen, um sich ganz dem lebendigen Flow hinzugehen. Sehr gut. Dann fangen wir doch ganz homöopathisch an. Und zwar mit dem Auslöser. Wie bist du auf prozessorientiert gekommen? Ja, jetzt verschwindest du gerade. Ach, da bist du wieder. Gut. Du, das ist eine ganz spannende Frage, weil es ist wesentlich unspektakulärer, wie man sich vielleicht vorstellen könnte. Es waren keine Channel höherer Welten und es waren auch keine tiefen philosophischen Überlegungen, sondern der Grund war, wir saßen eines Tages mal zusammen, der Hans-Jürgen XVIII und die Maria Schäfken beim Essen und die unterhielten uns darüber, dass wir immer wieder kritisiert wurden dafür, dass wir angeblich keine klassische Homöopathie machten. Was ja eine ulkige Kritik ist, weil ich meine, ich habe klassische, was ist klassische? Im herkömmlichen Sinne kentianische Homöopathie lernt, weil so wie Hahnemann Homöopathie betrieb in den letzten Pariser Jahren, das wussten ja vor 30 Jahren die wenigsten, ja, weder, dass er nur noch Kupotenzen benutzte, noch, dass er riechen ließ, noch, dass er, so wie uns das ja jetzt Ewald Stötteler beibringt, auch mehrere Mittel gleichzeitig benutze. Das war ja damals noch relativ unbekannt. Also klassische Homöopathie war damals kentianische Homöopathie. Und ich habe bei Lehrern gelernt, wie Erik Schwarz, der hat uns durchs Repertorium geprügelt, ja. Also ich kenne das noch an einem Wochenende 25 Fälle, mit dem Kenzel-Repertorisieren, mit Riechen, Repertorisationslisten und Häkchen machen. Und später kam dann die Lehrsche-Loch-Kartei dazu. Und leicht wurde es eigentlich erst leichter. Es ist ja nie ganz leicht. Nachdem ich in Bad Boll meinen ersten Computer, damals nannte man dieses Apple-Ding noch Schlepptop, weil er so schwer war, bekam. Und da war das erste Repertorium drauf, was ich kennengelernt habe. Mac Repertory. Aber ich habe das ja auch ganz viele Jahre gemacht, dass ich ganz, ganz klassisch kentianisch erarbeitet habe. Wobei ich sagen musste, mein allererster Kontakt zur Homöopathie ging über Matthias Dorchi, der ja in dem Sinne kein klassischer Homöopath war, weil er ganz viel mit bewährten Indikationen arbeitete. Er arbeitete auch meistens mit mehreren Mitteln. Bei Dorchi fast so wie bei Stötteler, da hat sich so ein Kreis geschlossen, bekam fast jeder Patient sowas. Dorchi nannte das nicht Miasma, Dorchi nannte das Diathese, ein Mittel für die Diathese, für die angeborene Krankheitsbereitschaft. Das war einfach miasmatische Ebene. Also so eine typische Dorchi-Verschreibung wäre Tuberkulinum D200 einmal die Woche. Dann hat der Patient immer wiederkehrenden Herpes, immer wiederkehrend unglückliche Liebe. Da kriegt er dann meinetwegen eine D30 jeden zweiten Tag. Und durch die unglückliche Liebe ist er total schwach und kann sich nicht bewegen. Und dann hat er noch eine Ferrum, eine Acidum Phosphoricum D6 dazu gekriegt. Also da kannte ich ja schon auch eine andere Art von Homöopathie wie die kentianische. Aber ich betrieb in meiner Praxis primär kentianische Homöopathie. Stundenlange Reperturisation. Also wie ich da irgendwie sechs Erstanamnesen geschafft hätte, wie heute mit Computer natürlich. Ich repertorisiere ja immer noch bei jedem Patienten. Auch wenn es die Gerüchte gibt, der Krüger erträumt seine Mittel nur. Das stimmt ja nicht. Also meine Famulanten sind immer wieder überrascht, dass ich mit mindestens zwei Repertorien und meinem Computer, den ich auf dem Handy habe, in den Anamnesen sitze. Wobei ja, aber zur prozessorientierten Homöopathie. Und dann bin ich ja nach Bad Boll gekommen zu Jürgen Becker und Gerhardus Lang. Und da habe ich natürlich eine völlig andere Homöopathie erlernt, wo es nicht nur um ein Krankheitssymptom ging, sondern wo es um den Menschen ging, wo es um seine Geschichte ging, wo es um seine Biografie ging, wo wir angefangen haben, Arzneimittelprüfungen zu machen. Und man sagt immer, für Schüler ist ein lebender Lehrer ein schwieriger Lehrer. Und darum haben Schüler lieber tote Lehrer, weil die entwickeln sich nicht weiter. Und ich kann mich noch erinnern, ich war 83 das erste Mal in Bad Boll, habe diesen legendären Magnesium-Carbonicum-Vortrag von Reinhold Tögel gehört. Den gibt es jetzt wieder bei Martin Bohmhardt. Ja, der Martin Bohmhardt, Homöopathie und Symbol, macht sich ja wahnsinnig verdient um die Homöopathie, gerade um die Boller-Homöopathie, der legt diese ganzen uralten, 40 Jahre alten Vorträge. Ey Mann, wie alt sind wir geworden, ja? Wahrscheinlich hast du damals noch Sendung mit der Maus geguckt, wenn überhaupt, ja? Genau, wenn ich schon geboren war, ja. Wenn du schon geboren warst, das finde ich schon alles manchmal sehr irre. Martin hat jetzt gerade zur Corona-Krise die Brionia-Vorträge aus Bad Boll wieder auf. Habe ich gesehen, ja. Wo wir eine riesige Brionia-Prüfung gemacht haben. Ganz spannend, kann ich allen wirklich nur empfehlen. Ja, aber weiter. Und dann hat sich die Homöopathie verändert. Und wie schon gesagt, lebendige Lehrer sind schwierig. Ich weiß, ich bin vor meinem ersten Homöopathie-Seminar aus Bad Boll in die Samuel-Hahnemann-Schule gekommen. Meine Schüler saßen vor mir und ich habe sie angeguckt und habe gesagt, liebe Freunde, ab heute machen wir alles ganz anders. Und ich habe gesagt, jetzt packt ihr mal eure Repertorisationsbögen alle weg und ich stelle euch hier mal einen Pfeil vor und ihr sagt mir mal, was fühlt ihr, wie resoniert ihr, was für Bilder kriegt ihr? Und die dachten alle, der Alte ist unter Drogen. Das war irgendwie Bad Boll, ein Hippie-Camp. Pilze, LSD, weiß ich was. Und es war schon für viele Schüler von mir schwierig. Und es gab auch Schüler, die haben sich dann von mir abgewendet, weil diesen Schritt von Kent zu Becker konnten viele nicht nachvollziehen. Und das haben hier dann auch so manche Leute als einen Verrat einer reinen Homöopathie, was immer das auch ist. Wahrscheinlich ist das, was uns Stötteler jetzt beibringt, viel Hahnemannischer, wie das, was Kent gemacht hat. Aber darum geht es mir nicht. Ich will verbinden, ich will nicht trennen. Naja, jedenfalls wurden wir dann immer wieder attackiert. Ja, ihr macht keine klassische Homöopathie, ihr macht keine klassische Homöopathie. Und dann saßen wir beieinander. Und ich will jetzt keine Legenden hier konstruieren. Aber ich glaube, in diesem Nachdenken, damit wir uns nicht immer wehren müssen dafür, dass wir keine klassische Homöopathie nennen, vielleicht nennen wir das anders. Wir wollten es aber auch nicht Boller-Homöopathie nennen. Wir machten zwar auch ganz viel Boller-Homöopathie, aber wir hatten natürlich auch unsere eigenen Impulse. Hans-Jürgen hatte einen ganz starken psychotherapeutischen Hintergrund. Er kam aus dieser Bewegung mit der dynamischen Psychiatrie, Balengruppen, Schattenarbeit. Ich hatte damals meine ersten auch spirituellen Erfahrungen. Ich war in Rütte, Initiatische Therapie. Ich machte Zen und sowas alles. Und wir waren schon Boller. Ich sage immer heute, ich bin der letzte Boller, weil alle anderen machen teilweise was anderes. Der eine ist jetzt Sankaranjana. Und der Jürgen Decker, der leider viel zu früh verstorben ist, hat ja nachher strenge C4-Homöopathie gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob es noch einen gibt, vielleicht den Hans-Jürgen, der noch wirklich, ich arbeite ja primär noch so wie vor 40 Jahren in Boll. Nur noch mal ein Wort zu Boll. Als klassischer Homöopath hatte ich ja immer so Anamneselisten. Ich habe so viele Fragen, also erstmal kam der Spontanbericht, alles klar, super. Und dann bin ich so meine Liste vorgegangen. Und in Bad Boll war das so eine Regel, dass der Jürgen sagte, seine Dozenten sollen auch Anamnesen machen, hoher Publikum, ja. Also da saßen 100 Leute, da saß der Patient vor uns, saß die Riege unserer etwas schlykopodischen Kollegen, so unter dem Motto, dieser Jungspund Krüger, was will der hier, jetzt macht der hier noch eine Anamnese, die ich nur gemacht habe, weil sich die anderen nicht gemeldet haben. Als Jürgen fragte, der macht dann Anamnesen, weil damit machte man sich auch verletzlich. Man muss sich natürlich zeigen und das vor 150 Leuten und dennoch die Kollegen und dennoch die Meister. Aber da ich immer alles mache, was meine Meister sagen, da bin ich halt Calcium-carbonischer, pulsatillerischer, lakaninischer Doppelkrebs, habe ich gesagt, na gut Jürgen, ich mache die. Und dann saß ich da vorne, hatte meinen Anamnesebogen in der Hand und der Jürgen war ja ein sulfurischer Lehrer, ja, der manchmal auch so didaktisch hochwertvoll uns so ein bisschen triebste und mit einmal griff der nach vorne und riss mir den Anamnesebogen aus der Hand. Und ich saß das erste Mal vor einem Patienten ohne Anamnesebogen, was soll ich machen, was soll ich machen, was soll ich machen. Und dann sagte Jürgen nur, führt einen die Sprich. Und in dem Moment hat sich meine Anamnese-Technik verändert. Ich arbeite keine Anamnesebögen mehr ab, sondern ich arbeite natürlich ganz streng mit einem spontanen Bericht, da stehe ich total. Das ist ja fast freudianisch, fast analytisch. Das ist ja eine Sprechkur. Ich erlebe in der Homöopathie ganz viele Ansätze, auch aus der Psychoanalyse, weil Freud sagte ja, der Therapeut soll sich förmlich aus sich selber denken und eigentlich wie so ein Beobachter nur sein, für das geschehen. Und der soll ein Gefäß bilden, eine Schlüssel, in die sich die Säde des Patienten hereingießen kann, um sich selbst zu schauen. Ich glaube, Placebo-Vorwurf können wir ja vergessen. Dafür sind wir mit unseren Mitteln viel zu oft erfolglos. Also Placebo, der Beweis, dass wir keine Placebo-Medizin machen, sind unsere Misserfolge. Absolut, ja. Ich bin immer super. Ich bin immer eine narzisstische Rakete. Also ich bin immer Placebo. Warum wirke ich aber nur jedes zweite Mal? Und warum wirke ich nicht immer? Wenn ich Placebo wäre, würde ich immer wirken. Aber ich wirke nicht immer. Schade. Ich hätte gar nichts gegen Placebo. Ja, was wollte ich sagen? Und der Jürgen, der brachte uns dann immer bei. Und das war dann auch seitdem so, also erst mal diesen Spontanbericht, da sind wir total klassisch. Aber dann im Grunde dem Ruf des Patienten, der Einladung des Patienten folgen, mit ihm gemeinsam in dieses Dickicht seiner Biografie und seiner Traumatisierung einzugehen, einen Raum geben, in dem der Patient ganz frei sprechen kann. Und ich muss nicht alle Symptome in der ersten Stunde rauskriegen. Ich meine, ich gebe meinen Patienten immer auch einen großen Fragebogen mit nach Hause, wo sie mir dann auch reinschreiben, rote Socken und saure Gurken. Und ich gebe diese Fragebögen dann auch richtig klassisch noch alle in mein Computerprogramm ein, weil meine erste Verschreibung ist eine Verschreibung, wie ich sage, aus dem Herzen. Natürlich auch aus dem Repertorium, aber ich führe natürlich keine stundenlangen Computeranalysen durch. Wenn aber der Fragebogen des Patienten kommt, dann sitze ich wirklich mit meinem Computerchen, was bei mir ein Laptop ist, ja. Quatsch, ein iPad, kein Laptop. Ich habe gar keinen Laptop. Ich arbeite entweder mit dem iPhone oder mit dem iPad und gebe dann schon auch mal die wichtigsten Symptome ein. Aber primär versuche ich mich, und das ist auch was, was typisch ist für die prozessorientierte Homöopathie, wir verlassen uns eigentlich darauf, dass sich der Patient nicht versteckt. Er maskiert sich auch nicht. Manche Homöopathen sagen ja, man muss dem Patienten die Maske vom Gesicht reißen, irgend sowas, ja. Wir gehen davon aus, und das habe ich von Jürgen Becker gelernt, dass der Patient in der Anamnese förmlich nach dem Mittel ruft. Ja. Also wir müssen nur hinhören. Er wird das Mittel fast wörtlich nennen. Er sagt vielleicht nicht Medurino, 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 aber er sagt geil, gigantisch, Alexis Dorbas, ich bin ein Tzatziki. Irgendwie sowas, ja. Tzatziki, Zertaki. Wenn es dreimal gesagt wird, weiß ich, dass ich schon mal ganz doll nach Medurinum gucken muss. Also wir haben dann, weil wir gesagt haben, wir machen keine psychologische Homöopathie, das stimmt nicht. Wir machen auch keine Traum-Homöopathie, das stimmt auch nicht. Wir verordnen ganz viel nach Träumen, aber nicht eben nur. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine Homöopathie, die ist in Bewegung. Die versucht, die Bewegung des Patienten zu erkennen, sich dieser Bewegung anzupassen, nicht primär Symptome wegzumachen, was ich natürlich auch will, sondern die Bewegung des Patienten und Krankheit ist für mich, Fixation und Krankheit ist für mich unterbrochene Bewegung. Man könnte sagen, unterbrochene Hinbewegung zu einem Zustand, wo ich bin, wie ich gemeint bin. Unverleugnet, mit all meinen Ressourcen, gezündet, für selig, kreativ, magisch und wollüstig. Und wenn da eine Bewegung stoppt, wenn es hier zu einer Fixation kommt, ist in meinem Weltbild das Symptom ein Hinweis, wo die Fixation ist, ohne diesen Prozess des Patienten verhindert. Und da will ich hin, ich will mit meinen Mitteln dem Patienten helfen, sich an diesen Prozess, sich an diese Bewegung zu erinnern. Und da will ich unterstützen, wenn dabei Symptome verspinnen, wunderbar. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, die Therapie ist erfolgreich, wenn es Symptome weckt sind. Ich kenne Leute, da sind alle Symptome weckt, aber die sind noch genauso bescheuert wie vorher. Für mich ist, und da habe ich auch ein Dogma, wobei die prozessorientierte Homöopathie ist eigentlich ziemlich anarchistisch und dogmanfrei. Aber mein Dogma ist, Freiheit ist Heilung. Und Heilung ist Freiheit. Das war mal so ein ganz initiatischer Traum, wo diesen Satz der Ramana Maharshi zu Bert Hellinger sagt und der sagte, du lebst noch, Bert, sagst du dem Krüger. Und der Satz hieß, Heilung ist Freiheit. Und Heilung, Freiheit ist Heilung. Und wenn wir heil und frei sind, dann ist alles möglich. Wir können aber auch alles in mildlicher Heiterkeit und fröhlicher Gelassenheit lassen. Und das ist das, was ich will. Und da haben wir uns dann eben geeinigt. Wir nennen es prozessorientierte Homöopathie. Ich habe mich später in den Jahren danach ganz viel mit Gestalttherapie von Friedrich Peirce beschäftigt. Vielleicht würde ich es heute Gestalttherapie nennen. Weil es mir auch darum geht, Gestalten zu schließen, erledigte Geschäfte zu befrieden, loszulassen, dass wir wirklich in einen Zustand kommen, wo alles möglich ist, wo wir keine Fixationen haben. Ich könnte meine Homöopathie auch heute Körper-Psychotherapeutische Homöopathie nennen. Aber der Prozess, und das finde ich so toll, ich hatte letztens mal ein ganz süßes Erlebnis. Kommt ein älterer Kollege zu mir, Andreas, Andreas, ich verdanke dir. Bum, bum, bum. Narzisstischer Input hoch 10. Und ich freue mich. Ja, in Boll habe ich dich kennengelernt. Das hat meine ganze Homöopathie verändert. Ich habe alle deine CDs gehört. Alles. Ich sage, boah, toll. Freue ich mich. Und dann sagt er, ja. Und ich mache seit 15 Jahren strenge prozessorientierte Homöopathie. Da habe ich ihn angeguckt. Da habe ich gesagt, sei mir nicht böse. Aber das geht nicht. Man kann nicht streng prozessorientiert sein. Das kann man nicht. Man kann streng hannemannianisch arbeiten oder streng konstitutionsorientiert oder streng organotrop. Das kann man streng machen. Aber Prozess geht nicht streng. Weil streng ist nicht Prozess. Streng ist Fixierung. Streng ist Dogma und damit nicht prozesshaft. Das bedeutet, der prozesshafte Homöopath muss im Grunde bereit sein, wenn es dem Prozess des Patienten dient und seinem eigenen. Das ist auch ein Unterschied. Ich kann Kentianische Homöopathie machen. Es gibt so eine Kollegen. Und ich habe nicht ein einziges Mittel bis jetzt genommen in meinem Leben. Ich war nicht in einer Supervision. Hörst du mich noch? Ja. Ja. Du hörst mich, ja? Einfach weiter. Super. Und ich muss überhaupt keinen Prozess machen. Ich muss mich auch nicht verändern. Ich muss auch nicht gesund werden. Und trotzdem kann ich streng Kentianische Homöopathie machen. Prozessorientierte Homöopathie geht nicht streng. Und prozessorientierte Homöopathie geht nicht ohne eigenen Prozess. Okay. Ich meine, ich sage immer, ich bin der meisttherapierteste Mensch, den ich kenne. Ich sage nicht, der besttherapierteste. Dafür habe ich noch zu viel machen. Aber ich bin mit Abstand der meisttherapierteste. Es gibt keine Therapiemethode, die ich nicht kenne. Oft sind meine Therapien gescheitert, aber das eine oder andere hat sich dann doch irgendwann mal erledigt. Und dadurch weiß ich, dass jeder Mensch andere Dinge braucht, um gesund zu werden. Jeder Mensch braucht auch andere Homöopathien. Ach ja, und der Jürgen Becker, das fand ich einen total tollen Satz von Jürgen Becker. Der hat mal gesagt, und wenn man mich fragt, sag mal den entscheidenden Satz zur prozessorientierten Homöopathie. Jürgen Becker hat gesagt, ein Therapeut kann seinen Patienten nur so weit begleiten und führen, wie er selbst einen Weg gegangen ist. Also das heißt, Prozess bedeutet selbst Weg gehen. Und ich habe das auch mit den homöopathischen Mitteln erlebt. Ich habe ja im Boll zehn Jahre lang eigentlich keine eigene Therapie gemacht, sondern der Jürgen hat mir bei jedem Seminar einen Auftrag gegeben zur Erforschung eines Mittels und darüber habe ich dann einen Vortrag gehalten. Wir hatten ja zweimal im Jahr Bad Boll. Ich war zweimal vier Tage immer in Bad Boll, einmal zur Woche von Jürgen. Da war ich Dozent und dann habe ich als Gruppenleiter selbst eine Woche geleitet. Das heißt, ich habe in jedem Jahr zwei große Arzneimittelprüfungen gemacht, was natürlich durch die Genialität meines Lehrers, der hat mir natürlich immer genau die Mittel vorschlagen, die für mich wichtig waren. Und ich habe aber gemerkt, bevor ich meine große Merkur-Prüfung gemacht habe, bevor ich durch meinen großen Merkur-Prozess gegangen bin, habe ich Merkur mal verschrieben für Angina mit Stippchen. Aber diese ganzen Themen, der innere Kannibale, der innere Zombie, die kannte ich gerade nicht. Stimmt was nicht mit unserer Verbindung, Marvin? Ja, bei dir ist die Verbindung leider nicht so gut, zeigte mir an. Aber du bist noch gut zu hören. Mach einfach weiter. Soll ich auf LTE umsteigen und aus dem WLAN rausgehen oder irgendwas? Also er zeigt mir bei dir an, dass du im gelben Bereich bist. Immer. Also, ich weiß nicht, wenn du das Gefühl hast, es wäre im LTE besser, könntest du probieren zu wechseln, aber den Ton überträgt. Soll ich jetzt während des Gesprächs einfach mal wechseln? Ja, mal gucken. Ich kann es probieren. Sonst kommst du einfach wieder rein. Gut, ich probiere mal. Warte. Gehe ich mal raus. WLAN ausgestattet. Warte. Wo muss ich jetzt wieder hin? Ich trete mir einfach wieder bei. Ich sehe mich. Ich sehe aber dich noch nicht. Jetzt sehe ich dich. Jetzt sehe ich uns. Besser jetzt? Mhm. Die Telekom, sie lebe. So, jetzt hat er eine bessere Internetverbindung. Aber das Angebar hat er trotzdem aufgenommen. Ja, ja. Der Ton war immer gut zu hören. Super. Ja, das ist zum Thema prozessorientierte Homöopathie. Sehr gut. Also, da sind ja ein paar Sachen, wo man einhaken könnte. Aber, dass wir nachher auch unser Ziel nicht vergessen, weil das Wichtige ist ja, dass du dafür sogar eine Schule gegründet hast, wo du das ja weitergibst. Ja. Ja, die ist ja immer noch existiert, die Samuel-Hahnemann-Schule in Berlin. Ja. Wie, da gibt es ja eine Ausbildung, wo man das denn genau so lernen kann. Einerseits, denke ich, diesen eigenen Prozess zu machen, aber andererseits, den dann eben beim Patienten auch zu sehen und zu begleiten. Genau. Also, einmal muss ich sagen, Marvin, ich habe diese Schule mitgegründet. Ich habe die nicht allein gegründet. Ich war damals irgendwie ziemlich verrückter, 29 Jahre alter Hippie und hatte einen ganz, ganz tollen Freund, den Friedbert Käbel-Schliesengübel, der auch heute ein wahnsinnig guter Homöopath ist und Apotheker. Und der schlug mich dem Präsidenten, unserer Berliner Heilpraktiker vor, über den Karl Friedrich Liebau, weil die Berliner Heilpraktiker gerade vor hatten, eine Schule zu gründen. Und dann sagte der Friedbert, ey Mann, da kenne ich einen von meiner Heilpraktikerschule, der ist zwar ein bisschen irre und ein bisschen durchgeknallt, aber irgendwie macht der tolle Vorträge, hat und tolle Gedanken. Und dann bin ich da hingeladen worden zu so einer Gründungssitzung und dann saßen da die ganzen alten Heilpraktiker, auch der Berliner Ober-Homöopath, ganz strenger Kent-Jana und ähnlich wie Kent, der ja Zwebenborg-Jana war. Kent hatte ja ein bisschen rechtslastigen Guru, den Emanuel Zwebenborg, sehr schwierige Person. Und die saßen da alle, der Kollege machte 40 Jahre Homöopathie und dann kam irgendwie hier Hula-Hula-Grüe an, roter Bomberjacke und mit dem roten Ring, Quatsch mit dem roten Ohrring im Ohr und erzählte denen irgendwas von Menschenbild und initiatischer Therapie. Aber dieser Karl Friedrich Niebau, der fand mich irgendwie richtig klasse. Und darum sagte der Andreas, zusammen mit einem sehr erfahrenen, auch wirtschaftlich sehr erfahrenen Kollegen, weil Wirtschaft ist etwas, ich kann kaum richtig bezahlen, ja. Aber sagte der Andreas, ich mache dich hier mal zum Politkommissar. Du bist für die Ideologie dieser Schule zuständig und ja, leg mal los. Und dann dachte ich, jawohl, wir machen hier Bolla-Homöopathie. Sprich, wir machen hier eine ganze Lebendie, wobei zum Anfang kam er ja noch streng Kent-Jana und das war ja auch Volk kam ja erst zwei Jahre später. Und dann habe ich diese Schule mitgegründet. Und inzwischen haben wir, seit, wir sind jetzt bei Kurs 37, und haben inzwischen Hunderte von Heilpraktikern in die Welt hinaus entlassen, wo die da ihr segensreich machen, ihr segensreiches Arbeiten machen können. Und wir bilden nicht nur in Homöopathie aus, wir bilden auch in chinesischer Medizin aus. Ob ich gesehen habe. Qualifiziert in Naturheilkunde, generell in Leibarbeit, in Körperpsychotherapie, aber die Homöopathie ist schon unser absoluter Schwerpunkt. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen Ort auf dieser Welt gibt, vielleicht irgendwelche Universitäten noch in Mexiko oder Argentinien oder Indien, wo du so viele Stunden Homöopathie lernst. Gucke mal, unsere Schüler haben jede Woche oder jede zweite Woche fünf Stunden Theorie. Dann haben unsere Schüler jede zweite Woche fünf Stunden Arzneimittellehre. Dann haben unsere Schüler jede Woche Supervision, wo die eigenen Prozesse angeguckt werden. Dann haben unsere Schüler die Möglichkeit, von Anfang an zu Anamneseübungen zu gehen, die unsere Sarah Riedel anbietet. Unsere Schüler haben von Anfang an die Möglichkeit, in unser Schulambulatorium zu gehen, wo man wirklich für wenig Geld hochqualifizierte Therapie kriegt. Und dann kriegen unsere Schüler dann zusätzlich noch im zweiten Jahr Großgruppenanamnesen, ja, und können bei mir in der Praxis formulieren und kriegen dann im Grunde auch das Ambulatorium im dritten Jahr, wo sie unter meiner Supervision und unter der Supervision von anderen erfahrenen Kollegen selbst behandeln. Sie haben dann noch einmal im Monat eine Ambu-Gruppe. Sie haben Ambu-Supervision. Also das ist wirklich ein Homöopathie-Studium, was aber den eigenen Prozess ganz in die Mitte des Themas stellt. Also wenn es irgendwann bei uns mit einem Patienten mal nicht so läuft, wie wir wollen, dann gucken wir natürlich auch, haben wir nicht das richtige Mittel. Aber wir gucken auch, was macht denn das mit mir? Wo bin ich da? Wie gehe ich mit diesem Thema um? Wenn der immer von Kannibalen träumt und ich immer nur Angst kriege, dass er mich gleich anbeißt, dann kann ich ihm nicht helfen, seinen inneren Kannibalen zu nehmen. Wenn ich aber dieses Thema der Gewalt, Stramonium, Merkur, Acidum Nitricum, Acidum Fluoricum in mir angeguckt habe und in mir integriert habe, dann kommt der Patient und erzählt mir mit einmal ganz anders davon. Ich habe das ja ganz oft erlebt, dass Patienten zu mir kommen und sagen, Herr Krüer, ich war schon ein paar Jahre in homöopathischer Therapie, hat aber nicht so richtig geholfen. Ich habe meinem Patienten, meinem Therapeuten aber auch nicht erzählt, dass ich schon seit zehn Jahren ein Liebesverhältnis mit meinem Goldhamster habe, was ja ein wichtiges Symptom ist. Und dann sage ich ja, warum haben Sie es denn Ihrer Therapeutin nicht gesagt? Ich habe das mal versucht anzudeuten, da wurde die schon ganz blass und hat fast einen asthmatischen Anfall gekriegt. Also manchmal dachte ich, ey Mann Gott, was habe ich für einen Ruf? Aber viele Leute sagen, Mensch Krüger, bei dir traue ich mich, das zu erzählen. Ich war mal letztens in so einem Kongress auch Video, wo es um Sucht ging und dann habe ich von meiner Suchterkrankung erzählt und von meiner Süchtigkeit und von meinen Dingen, wo ich immer noch nicht ganz suchtfrei bin. Danach habe ich ganz viele Anmeldungen von Therapeuten gekriegt, die gesagt haben, ey Mann Krüger, du hast mir so gefallen, weil du so von deinen eigenen Problemen geredet hast, von deinen eigenen Knoten, die immer noch nicht gelöst sind, dir traue ich es, mich jetzt mal von meinem Goldhamster zu erzählen. Ja, das ist zum Thema prozessorientierte Homöopathie, Samuel-Hahnemann-Schule. Sehr gut. Und wo ich gerne noch mal einhaken würde, ist, was du am Anfang gesagt hast, dass man den Prozess bei den Patienten ja auch erkennt, also diese Hinbewegung, das hast du so schön gesagt, so wie man gemeint ist. Ja. Und das mache ich ja im Prinzip einerseits bei den Studenten, aber andererseits entdecke ich es auch beim Patienten. Und was ich rausgehört habe, ist, dass es sehr individuell ist. Aber kannst du trotzdem sagen, wie wird das zum Beispiel im Unterricht gemacht, dass der individuelle Prozess vom Studenten dann einerseits erkannt wird? Ist das immer noch in der Anamneseform? Oder wie kann ich mir das vorstellen, dass das im Unterricht stattfindet? Das finde ich sehr spannend. Also im Unterricht findet natürlich primär, also man muss Folgendes sagen, mein Unterricht findet immer mit einem Kreis begonnen statt. Das sieht man auch gut Also ich mache ja keine Frontalunterrichte mehr. Ich arbeite ja eigentlich nur noch in der Kreiskultur. Ich bin ja ein Kreismensch. Du, doppelter Krebs, Pulsatilla, Calcium. Wir können nicht anders wie in Kreisen. Wenn ich Frontalunterricht machen muss, dann fühle ich mich schon mal getrennt fast. Das heißt, wir fangen mit einer Befindlichkeitsrunde an, wo jeder erzählt, wie es ihm geht. Sehr gut. Und wo auch jeder erzählt, was das Arzneimittel, wenn wir zum Beispiel den zweiten Termin gemacht haben, beim letzten Mal mit ihm gemacht hat. Weil, was ich von Jürgen Becker erlebt habe, und ich halte ja jetzt hier für diese Corona-Krise jeden Tag meine Arzneivorlesungen bei mir auf meinem auf meinem Kanal, also auf meinem YouTube-Kanal, bin ich Quatsch, ich halte die auf meinem Facebook-Kanal und die werden dann vom Jesko Stölzer konvertiert in YouTubes, dass auch die Leute das gucken können, die nicht bei Facebook sind. Und da habe ich auch das Gefühl, wenn ich da über Louisinum rede, und das habe ich von Jürgen Becker, ihr hört ja, die sagt, ein guter Vortrag von einem Therapeuten, von einem Lehrer gehalten, der sich wirklich mit diesem Mittel verbunden hat, wirkt schon wie eine C30. Und wenn du richtig gut beieinander bist, wirkt es auch wie eine C200 oder eine LM30. Potenzorientierte Didaktik. Und wenn ich nicht gut dabei bin und wenn ich das Mittel nicht kenne, dann ist es vielleicht nur eine C6, ja? Das heißt, da fängt ja der Prozess schon an. Die Leute kommen durch unsere Arzneimittelvorlesung in ihre Geschichten, das Bearbeiten, was soweit es die Zeit zulässt, im Unterricht. Aber dann haben sie ja noch ihre Supervision, wo sie genau mit diesen Themen hingehen und wo sie denn von so wunderbaren Supervisoren wie Florian Brohn oder Eckerhard Demel genau da abgeholt werden. Also man könnte sagen, die Samuel-Hahnemann-Schüler brauchten fast gar keine eigene homeopathische Therapie, weil die Arzneivorlesung und guck mal, ein Teil der prozessorientierten Homöopathie, wo wir wirklich sagen können, das ist ein Alleinstellungsmerkmal außer Schattenarbeit, ja? Die Schattenarbeit finde ich nochmal sehr besonders und auch diesen Aspekt der demokratischen Medizin. Ich glaube, darüber wird ja die Mia Koppendörfer noch viel reden mit dir, weil die ist ja eines unserer unbeschreiblichsten Medien, die wir haben, was Patiententestungen angeht. Da kann die noch viel mehr darüber erzählen wie ich. aber was ich sagen wollte, oh, jetzt habe ich den Faden gerade verloren, wo komme ich gerade her mit Orinum-Symptomen? Nein, dass der Student sozusagen ja immer wieder durch die Supervision bereits schon diesen Prozess hat durch die Arzneien. Genau, und die verlieren auch während der Vorlesung Symptome, das ist völlig irre. Ein schönes Leitsymptom, Samuel-Hahnemann-Schule und Krüger-Vorträge bessern, könnte man nachfragen über das Studium, weil ich habe das erlebt, dass Leute im Grunde mal Gasthörer waren bei uns an der Schule oder zu den Homöopathietagen gekommen sind und mich vier Wochen später anjubben haben und gesagt, Herr Krüger, nachdem ich deinen Vortrag gehört habe, mein Ohrensausen ist weg, was war denn das? Sag ich, naja, entweder es war die Wirkung des Mittels oder es war die Wirkung von Krüger. Bei welchem Mittel hast du dein Ohrensausen verloren? Bei Silicea. Sag ich, naja, probiere jetzt erstmal Silicea und wenn es nach 14 Tagen nicht wieder besser ist, dann nehmen wir Durinum 200, weil Medurinum ist das wichtigste Mittel Krüger. Entweder Krüger macht Asthma und Krüger macht Übelkeit, dann geht es um den medurinischen Krüger-Schatten, Krüger sieht ja heute auch aus wie eine Orange, oder Krüger heilt. Dann ist das auch oft Medurinum. Ich meine, es gibt noch andere Mittel in dem kleinen Repertorium Folgen von Krüger, ja? Okay, ja. Sehr gut. Oder Besserungen durch Krüger, da gibt es noch Pusatilla, Calcium, Laglupi. Aber ich habe ganz oft erlebt, dass Leute Symptome kriegen bei meinen Vorträgen, Medurinum, oder sie sind nach den Homöopathietagen vier Wochen geheilt von ihren Beschwerden, dann kommen die wieder, jetzt wollen sie aber nicht auf die nächsten Homöopathietage warten, dann sage ich, ne, Medurinum 200, das wirkt wie Homöopathietage mit Krüger. Spannend, ja? Sehr gut. Ich finde es sehr interessant. Wir machen für jedes Mittel, entschuldige, bevor ich es vergessen, jedes Mittel machen wir eine Heilreise zu den Mitteln. Wir betreten in unserer Seele den Raum dieses Mittels. Wir heilen in uns. Da gibt es ja bei Martin Wohmert auch Dutzende von Arzneimittelreisen, ja? Oder bei unserem Videokurs. Jedes Mittel hat eine Arzneimittelreise, also jeder Samuel-Hahnemann-Schüler macht zu den wichtigsten 24 Polychresten eine sogenannte Heilreise und diese Heilreisen, das kennen wir ja auch aus dem Mikrocoaching, ja? Wo dir ja auch die Dr. Schamfuß eine Menge nochmal erzählen wird. Das sind ja Heilhandlungen, magische Heilhandlungen, wo, und es ist wie eine Hochpotenz einer Arznei. Sehr interessant. Ich finde es gut, ich habe das auch versucht, bei unseren Studenten so ein bisschen anzuregen, noch ein bisschen auf Granit gestoßen, weil das nicht das Konzept unserer Schule ist, aber hat mich jetzt heute nochmal motiviert, weil ich finde es immer so spannend, wenn man selber von seinem Prozess erzählt vor den Studenten, dann können sie einerseits die Arznei besser speichern, wenn man das aber dann in der Runde schafft, dann nimmt man ja bereits so viele Informationen mit, wo ja dann auch andere Studenten ja nochmal ganz anders reden als der Patient. Also man lernt ja, die anderen Prozesse gerade auch noch mitzuerkennen, zu verfolgen und hat ja, wenn ich dann die Schule verlasse, habe ich ja nicht nur die Patienten gesehen, sondern auch die Entwicklung von Leuten, die mich wie viele Jahre begleitet haben? Wie viele Jahre ist es insgesamt? Dreieinhalb Jahre. Genau. Und allein das, was ich mitnehme, scheint mir, also wenn ich mir das vorstelle, großartig zu sein. Ich will mal ein kleines Beispiel nochmal geben zur prozessorientierten Homöopathie und auch zu dieser, ich nenne es mal magischen Didaktik, die wir haben. Nicht alle unsere Schüler werden super Homöopathen. Es gibt auch Schüler, die werden chinesische Mediziner, Chiropraktoren, Osteopathen, etc., etc. Hörst du mich noch gut? Ja, super. Alles super. Prima. Du weißt doch, Pulsatilla, ich brauche mal die lächelnden Augen meines Gegenübers. Marvin, ich habe auch dein Leuchten. Sehr gut. Gut, weiter. Und ich hatte mal einen Schüler, der hat mich total gemocht und wir sind total gut miteinander umgekommen, äh, umgekommen, umgegangen. Aber Repertorisierendes war nichts für den. Und ach, der war einfach ein Handwerker, der ist Chiropraktiker geworden, der ist Osteopath geworden, dann ist er ins Ärzte, wo Bürger gezogen hat, dann eine Praxis aufgemacht, hat 50 Patienten am Dach gesehen, ja, und war ein richtiger Heilhandwerker im besten Sinne. 20 Jahre später habe ich den getroffen, sagte er, Andreas, ich weiß, es ist nicht klassisch. Ich sage, du, klassisch bin ich auch nicht, ja. Sagt er, aber ich verschreibe ganz oft Homöopathie. Sag ich, na toll, das war doch nicht so dein. Sagt er, nee, aber ich habe bei dir 30 Arzneireisen gemacht und die habe ich mir später alle bei Martin Bommartie kauft und immer mal wieder gehört und mir passiert was völlig Irres. Wenn ich an meinem Patienten arbeite und der hat nur pro Patient eine halbe Stunde, dann erinnert er sich beim Behandeln, beim Berühren seines Patienten ganz oft an Themen einer Arzneireise. Spannend. Also man könnte sagen, der berührt den Patienten und hört förmlich, gib mir Pulsatilla, gib mir Pulsatilla, gib mir Pulsatilla. Oder der berührt den Patienten und hat mit einmal irgendwie Bilder von Dirndl, großen Kühen, Schokolade mit Sahne oder, 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 ja. Creme fraiche mit Löffeln gegessen. Und dann denkt er, ey Mann, das kenne ich doch, das habe ich doch bei der Arzneimittelreise zu Pulsatilla damals gemacht. Also der betreibt im Grunde eine 30-Mittel-Homöopathie und die Mittel erfüllt er. Die rufen ihn regelrecht, wie wir ja bei der Leibtherapie auch üben, den Ruf des Leibes. Und es gibt ja dann in der C30. Es gibt ja in der C30 jeden zweiten Tag bis zur nächsten Chiropraktiksitzung. Und er sagt, er erlebt teilweise Verläufe, die ein reiner Chiropraktiker nie erleben würde. Also auch das ist eine Form von prozessorientierter Homöopathie. Das ist etwas, was ich als junger Homöopath immer noch als These sehr weit vor mir her trage, weil ich das so einen wichtigen Punkt finde, dass eben, wenn ich das Individualitätsgesetz als Homöopath als Grundlage nehme, dann ist eben auch der Ansatz für jeden Patienten einzigartig und dann ist auch der Therapeut einzigartig. Es kann dann gar nicht die Homöopathie geben, sonst würde ich mein eigenes Grundgesetz nicht ernst nehmen. Du, es gibt, ich glaube, Herbert Fritsche war es. Leider wird er ja auch innerhalb der klassischen Homöopathie nicht so richtig geerbt, finde ich. Bei uns an der Schule ist Herbert Fritsche unser Haus- und Hofphilosoph. Er hat ja dieses wahnsinnige tolle Buch über Hahnemann und die Apostel der Homöopathie geschrieben. Idee und Wirklichkeit der Homöopathie, das beste Buch über Homöopathie und Hahnemann, was ich jemals gelesen habe. Der hat dieses wahnsinnig tolle Buch hier geschrieben, der geisteswissenschaftliche Hintergrund der Homöopathie, die Erhöhung der Schlange. Und der Fritsche hat mal gesagt, es gibt nicht die Homöopathie. Es gibt nur die Homöopathien, die von den Homöopathen praktiziert werden. Eigentlich hat jeder Homöopath sich immer natürlich nach dem Ähnlichkeitsgesetz richtend, aber eine andere Form mit diesem Ähnlichkeitsgesetz umzugehen. Und das finde ich so toll und das lehren wir bei uns an der Schule. Und das Interessante ist, wir haben ja an der Schule sechs Homöopathiedozenten und jeder ist da völlig anders. Also ich bin wahrscheinlich noch der Bollerischste von allen. Und dann haben wir eine Kollegin, die Brigitte Kramp, die sehr strukturiert ist und auch sehr, die hat auch zehnmal so viele Homöopathie-Bücher gelesen, wie ich ja, und sehr im Anführungsstrichelchen klassisch, aber trotzdem prozessorientiert ist. Und dann haben wir die Ulrike Müller, die eine der intuitivsten Therapeutinnen ist, die ich jemals erlebt habe, ja, die Mittel regelrecht erfüllt und so haben wir eben eine Menge Kollegen, die sehr unterschiedlich sind. Michael Antoni, der ja auch bei dir jetzt jemals auftritt. Ich kann euch sagen, der Mann ist eine Sensation. Der ist auch im positivsten Sinne eine richtig tolle Rampensau. Der hat nämlich auch einen total tollen Podcast. Kann ich sehr empfehlen, den Podcast von Michael Antoni. Ist auch immer auf meiner Seite drauf. Also der macht zum Beispiel ganz viel, da kommt ganz viel Astrologisches, ganz viel Schöpferbewusstes mit rein. Sarah Riedel hat wieder ihre eigene Form, sehr systemisch, weil sie auch eine tolle Aufstellerin ist. Und so hat jeder Dozent an der Samuel-Hahnemann-Schule sein ganz eigenes. Manchmal sagen die Schüler, ey Mann, ihr erzählt ja teilweise das ganze Gegenteil. Nein! Natürlich wäre es für einen Schüler manchmal leichter, wenn es eine dogmatische Meinung gibt und alle halten sich nach dieser dogmatischen Meinung. So Arsenie-Homöopathie. Aber das geht eben gar nicht bei einer Libanien-Homöopathie. Jürgen Becker hat immer gesagt, das Leben hasst jedes Schema. Aber oft geht es mit Schema bequemer. Und ich meine, das erleben wir jetzt ja gerade bei dieser Krise oder wir erleben das ja ganz oft in der Schulmedizin. Es gibt eine Richtlinie und wenn ich mich nach der Richtlinie halte, dann bin ich relativ schuldlos. Weil wenn ich der Richtlinie folge, ich gebe jetzt das und das Antibiotika, ich gebe jetzt das und das Psychopharmaka, ich schicke hier halt Deutschland erst mal in die Quarantäne, dann halte ich mich ja an die Richtlinie. Selbst wenn dabei irgendwie 100.000 Tischlerbetriebe den Bach runtergehen. Egal, ich habe mich an die Richtlinie erhalten. Wenn der Patient unter Antibiotika stirbt, nicht schön, aber ich hatte mich an die Richtlinie erhalten. Wenn ich nicht Antibiotika gebe, sondern Belladonna C6 und der Patient stirbt, habe ich Probleme und habe vielleicht gleich ein Regress. Ja, also ganz viel wird gemacht aus Angst. Es könnte etwas Böses passieren, wenn ich mich nicht an die Richtlinie halte. Also in der Medizin wird ganz oft aus Angst agiert. Ja. Und in einer prozessorientierten Homöopathie, und da machen wir uns auch angreifbar, wir entwickeln uns auch selbst. Ey Mann, ich bin doch das beste Beispiel. Mit einmal kam vor drei, vier Jahren Ewald Stötteler in mein Leben. Und der Mann hat mich total beeindruckt. Ich bin wahrscheinlich inzwischen fast harnemannischer wie die meisten klassischen Homöopathen, weil ich mich am Hahnemann der Pariser Zeit orientiere. Aber selbst im System Stötteler, wo ja fast jeder Patient ein Mittel kriegt für die chronische Ebene, also eine Nosode, fast jeder Patient ein Reaktionsmittel kriegt, wähle ich trotzdem das Mittel in der Mitte, fast immer nach den Gesetzmäßigkeiten, die wir in einer prozessorientierten Homöopathie haben. Und dann kommt natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt zur prozessorientierten Homöopathie, wo euch ja die Mia Kochendorfer ganz viel erzählen wird. Und das ist das, was wir demokratische Medizin nennen. Wir sind ja, jedenfalls einige von uns Homöopathen, die ganz viel davon halten, dass die Systeme der Klienten direkt befragt werden durch kinesiologische Testungen, durch radionische Testungen. Und wo wir das System des Patienten befragen, was willst du denn jetzt für eine Homöopathie? Und kennt, testet bei mir schon seit zehn Jahren keiner mehr. Es werden bei mir bestimmt jedes Jahr 500 Testungen in meiner Praxis oder von meinen Testmedien durchgeführt. Und da testen die Leute einfach jetzt primär Methode Stötteler, wobei Methode Stötteler gibt es eigentlich ja gar nicht. Das ist Methode Hahnemann Paris. Testen dann aber dazu prozessorientiert, geburtstraumatisch orientiert. Das heißt, der Patient will von mir eine Behandlung, die sich am Pariser Hahnemann orientiert. Er will sein Mittel für seine chronische Krankheit. Er will sein Reaktionsmittel. Aber er will dann eben auch noch ein Mittel, was die geburtstraumatische Problematik beinhaltet. Also und auch da muss man völlig undogmatisch sein. Wenn morgen mein Patient testet, ich will Kentianisch behandelt werden, dann setze ich mich wieder hin und gebe nach Paragraf 153 Symptome in den Computer. Also mein wunderbarer Coach, der Marco Helmert, der hat mal einen tollen Satz gesagt. Wirkliche Freiheit, wirkliche Entwicklung ist eigentlich nur möglich, wenn ich bereit bin, jeden Moment mein Weltbild und meine Vorstellung von richtig oder falsch völlig loszulassen und mich hineinzustürzen in das lebendige Chaos des Prozesses. Also prozessorientierte Homöopathen müssen ziemlich mutig sein. Ich kenne kentianische Homöopathen, die machen seit 100 Jahren das Gleiche. Läuft jede Anamnese gleich ab und jeder kriegt B30 und nach einem halben Jahr darf er mal wieder an das Mittel denken. Das ist in einer prozessorientierten Homöopathie einfach anders. Da kann es auch sein, dass ein Patient mal jede Woche ein neues Mittel kriegt. Einmal, weil es nachtestet. B, aber weil der Prozess mit einmal eine völlig andere Wandlung macht. Und wir folgen keinen Dogmen in unserer Verschreibung. Wir folgen wirklich dem Lebendien. wir folgen dem Prozess, wir folgen dem Ruf des Systems oder dem Ruf des Leibes nach seinem jetzt in diesem Moment richtigen Heilmittel. Sehr interessant. Gibt es denn gewisse Sachen, die man trotzdem vielleicht anschaulicher erklären kann, wie ich denn kontrollieren kann, dass meine Arznei die, also entsprechende Wirkung hat? Wie bei allen Homöopathen, wenn der Patient nach vier Wochen wiederkommt und es ist nur besser geworden, dann war das das falsche Mittel. Also ich erwarte schon von einem Mittel, was ich meinem Patienten vier Wochen gebe, ich sage immer wieder, dass auf einer Skala von 0 bis 100, 0 heißt Ausgangssituation, 100 heißt vollständige Heilung, mal mindestens Wert von 50 erreicht ist. Also es gibt ja Homöopathen, wenn die meinen, der ist Lacheses, dann kriegt der vier Jahre Laches, sowas habe ich erlebt, selbst wenn sich überhaupt nichts ändert, dann kriegt er mal wieder eine 500.000, dann kriegt er mal wieder eine 200. Sowas machen wir in einer prozessorientierten Homöopathie nicht. Ich erwarte von einem gut gewählten Mittel, dass die deutlichen Symptome, die der Patient hatte nach vier Wochen sich mindestens um 50% verbessert haben. Sonst gibt es was Neues. Oder der Patient sollte mindestens nach vier Wochen, weil wir verschreiben ihm tatsächlich ganz oft nach Träumen. Zum Beispiel Träume haben, die den Weg deutlich skizzieren. Zum Beispiel bei diesen Patientenplantestungen eines der meisten Formate, dass die Patienten testen, ich soll für sie traumorientiert Homöopathie besorgen. und dann sagen die Patienten ganz eigenartig, Krüger, ich träume fast nie. Aber seitdem ich weiß, dass ich bei dir in einer Woche einen Termin habe, habe ich irgendwie jeden Tag von Heidi und allem Träumen. Was bedeutet das? Und ich gucke in mein Repertorium von Martin Womar träume von Heidi, steht ein Mittel vierwertig, Pulsatilla. Und dann weiß ich, dem kann ich einfach jetzt Pulsatilla geben. Weil über den Traum ruft er nach dem Heilmittel. Das ist sowieso, auch das habe ich von Jürgen Becker gelernt. Du und ich, wir haben uns noch nicht mal live gesehen, aber wir haben jetzt schon ein paar Mal Kontakt gehabt. Unsere Seelen wissen alles voneinander. Unsere Systeme kontaktieren, zack, und du weißt alle meine Lügen, du weißt alle meine Schatten, du weißt dumm, dumm, dumm. Vielleicht nicht in deinem Tagesbewusstsein, aber mindestens in deinem Unbewussten. Also wenn du jetzt zur Mia Cochendorfer oder wem auch immer gehen würdest und sagen würdest, teste mir mal meinen individuellen Kurplan. Für alle, die wissen wollen, was das ist. Man kann auf meine Seite gehen, also Heilpraktiker Andreas Krüger Berlin, kann da anklicken, Testplan, Testchart, und dann sieht man, was meine Tester alles bei den Patienten testen. Und da testet ganz oft oder fast immer, also ich würde mal sagen, bei 30 Prozent der Wunsch des Patientensystems, dass ich die Mittel selbst in der Methode Hahnemann-Paris anhand der Träume finden muss. Wer sich für Träume und Homöopathie interessiert, dem empfehle ich, es gibt eine ganze Sammlung bei mir auf meinem magischen, in meiner magischen Bibliothek, Bibliothek, wo ich ein ganzes Wochenende nur über Träume referiert habe, mit einer wunderbaren Traumtherapeutin, der Tarima Schulz und meiner Erztoberhexe, der Heidi Barth. Also da kann man sich nochmal richtig in die Traumarbeit hineinbegeben. Wobei ganz spannend ist, Jürgen Becker ist Homöopathie worden, weil er einen Artikel von seinem Lehrer Köhler gelesen hat und der hat in diesem Artikel geschrieben, die Homöopathie ist die Medizin, die die Leute wieder träumen lässt. Und dann dachte er, Mensch, ich will eine Medizin haben, von der Menschen träumen können. Und darum sind die Träume wahrscheinlich in unserer Arbeit so wahnsinnig wichtig. Sehr interessant, ja. Wir haben auch Träume bei uns in der Mathiamedica, aber das ist viel, viel kleiner als bei dir. Habe ich schon ein paar Mal gemerkt, dass da die Rubriken sehr viel kleiner sind. Du, ich glaube, unser Repertorium, was ja das Repertorium, unser prozessorientiert in Homöopathie ist das Repertorium der symbolischen Materia Medica von Martin Bohmhardt, das hat einfach wahnsinnig viele Träume und das hat auch Träume, die in kein anderen Repertorium drinstehen. Also das Repertorium von Martin Bohmhardt ist einfach in meiner Arbeit das meist gebrauchteste Buch. Ja. Super, lass uns ein bisschen zu Ende kommen, ich könnte mit dir zwar noch zwei Stunden weiter reden, aber genau das Thema, was du so ein bisschen vorgegeben hast, und ich denke, das ist eigentlich ein super Abschlussthema, dass wir da noch mal ein paar Minuten drauf verwenden, ist, die Botschaft von Corona, es war noch nie so wichtig, gute Heilpraktiker und Homöopathen auszubilden. Ende doch damit. Ja, äh, es gibt ja manche Homöopathen, die haben immer wieder gesagt, ja, und wenn alles zusammenbricht, dann werden sie schon sehen, was sie an uns haben, ja, also ich habe immer wieder von Homöopathen gehört, ja, jetzt erkennen sie uns zwar nicht an, aber wenn alles zusammenbricht, ja, wenn die ganze Medizin zusammenbricht, dann sind wir Homöopathen die letzten aufrechten. Und ich habe mal gesagt, Kinder, ich will nicht, dass die Welt zusammenbricht, nur, dass die Homöopathie anerkannt wird, bitte, 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 lass die Welt doch so bestehen. Ich will auch nicht, dass wir als Homöopathen anerkannt werden, weil wir denn die letzten zehn Prozent unserer Bevölkerung mit unseren Mitteln retten. wenn wenn uns Frau Dr. Merkel endlich mal bittet, also mich ja sowieso, ich bin ja Heilpraktiker, darf gar keine Corona behandeln, aber es gibt ja wunderbare homöopathische Ärzte, die dürfen das, sprich ich als Heilpraktiker darf mich um den Prozess eines gesunden Immunsystems kümmern, darf ich ja, das ist ja nicht verboten. So, und manche haben richtig so ein bisschen so ein Lieber auf die Katastrophe gehabt, nach der Zombie-Katastrophe, wir Homöopathen haben die entscheidenden Mittel. Ich dachte immer, das ist mir einfach zu spooky, das will ich nicht, aber meine Hoffnung, meine Hoffnung, mein Benefit, und darum ist Corona für mich fast ein Guru, ein Lehrer ist, dass es nie wieder eine Zeit geben wird, wo keine Delfine im Lido von Venedig mehr schwimmen, weil das finde ich wirklich irre. 14 Tage Corona, und es schwimmen wieder Delfine in der Bucht von Venedig. Mein Gott, ist das schön, wie schnell sich unsere Mutter Gaia erholt. Da waren schon 100 Jahre keine Delfine mehr. Mit einmal sind die wieder da. Also für mich ist ja Corona eine große didaktische Aktion, die Mutter Gaia gestartet hat, dass wir endlich mal begreifen, dass wir diesen Planeten vergewaltigen, dass wir diesen Planeten kaputt machen. Mit unserer ganzen Lebensführung, mit unserer kapitalistischen Gesellschaftsordnung, mit unserer mangelnden Solidarität zueinander, Flüchtlingskrise, alles, ja, Corona zeigt, ihr könnt eure Grenzen nicht abriegeln. Ich komme überall durch. Ich habe mal einen wunderbaren Vortrag gehört von Elisabeth Kübler-Ross, der großen Sterbeforscherin zum Thema Aids. Die hat mal gesagt, die Antwort auf Aids ist Bedingungslose Liebe. Darum hatte ich auch nie Angst vor Aids-Kranken. Habe mit Aids-Kranken von einem Teller gegessen. Kein Problem. Bedingungslose Liebe. Also fast richtig Merkuriell, ja. Und ich glaube, das ist die Botschaft von Corona. Wir müssen wieder anfangen, diesen Planeten bedingungslos zu lieben. Und ich meine, Hahnemann war Freimaurer. Es waren damals Revolutionäre, alle großen Revolutionäre damals waren Freimaurer. Und wir wollen uns freimauern. Wir wollen uns nicht bryonisch einmauern. gerade haben wir angefangen, uns einzumauern, an der griechischen Grenze, an der Grenze zu Ungarn. Und dann kommt Corona und sagt, ich sage jetzt nicht dieses Wort, ich besorge es euch, ich zeige euch, einmauern geht nicht. Einmauern wird das Problem auch nicht lösen. Das Problem löst bedingungslose Liebe und Delfine im Lido von, nicht Lido oder Lago oder wie diese Bucht heißt, von Venedig. Das ist das eine. Und das zweite ist, und da bin ich wirklich bedingungslos verhofft, nicht besinnungslos verhofft, wie Wolf Biermann mal in einem schönen Lied sang. Ich hoffe, ich hoffe wirklich und ich finde den Herrn Droste ganz sympathisch. Ich mag den, diesen Obervirologen hier. Ich mag den wirklich und ich mag auch Frau Merkel, ich mag die wirklich, aber ich wünsche mir, dass die das schaffen, irgendwann mal in einem Kreis zu sitzen, wo auch vielleicht Friedrich Graf mit beisitzt, wo unsere Frau Dr. Bandelin mit beisitzt, dass sich Frau Merkel nicht traut, mit so einem verrückten Stadtschamanen und Homöopathie-Frieg sich beraten zu lassen, wie von mir, das will ich ja alles verstehen, muss sie ja nicht, dafür ist der Krüger zu verrückt. Aber es gibt ja ganz seriöse, wunderbare Homöopathen. Warum lässt man nicht den Norbert Enders wieder einfliegen von den Philippinen oder den Wolf Bergmann aus Freiburg? Es gibt ja ganz tolle homöopathische Ärzte, die könnten Frau Merkel so viel helfen und die sind genauso schlau wie Herr Droste. Das wünsche ich mir, ich wünsche mir, Rudolf Steiner hat mal einen ganz wichtigen Satz gesagt und der ist für mich die tiefste Hoffnung und ich versuche wirklich, ich versuche um die Wirklichkeit, um das Wirklichkeitsverständnis von Herrn Spahn zu ringen. Ich versuche auch um das Wirklichkeitsverständnis von Herrn Söder zu ringen, weil ich weiß, Liebe und Freiheit entsteht nur da und das ist jetzt der O-Steiner-Test. Wenn wir um das Verständnis des fremden Wollens ringen und im Augenblick erlebe ich, hier sind die Zahlen, ihr seid alle schwachsinnig und wer irgendwas gegen diese Zahlen sagt, ist ein potenzieller Massenmörder und man sieht ja, wie Leute, die außerhalb des Mainstreams stehen, sofort die Keule kriegen. Ich traue mich schon gar nicht, sowas teilweise zu liken. Ich bin Pulsatilla, ich bin Calcium, ich will keine Shitstorms. Ich habe mich darauf jetzt verlegt, nur noch an einer positiven Zukunft zu arbeiten. Natürlich muss ich manchmal einfach was liken, weil ich finde, ey Mann, es ist mutig, was der Mann sagt und selbst wenn es falsch wäre, es ist mutig. Ich liebe Disputation, ich liebe, wenn man sich auch mal fetzt, und wir müssten uns viel mehr fetzen zu diesem Thema. Aber ich merke, dass alle im Augenblick nur handeln aus Angst, bloß nichts falsch machen, weil dann mache ich mich angreifbar. Und es ist furchtbar, das kann nicht der Weg sein, das ist total unfreimaurisch. Da hätte unser Hahnemann sofort gesagt, ihr seid doch wohl alle bescheuert. Also ich traue mich fast gar nicht zu sagen, es gibt einen ganz tollen Kollegen bei uns in Deutschland, der hat rausgegeben, hat wieder rausgegraben, was Hahnemann zur Cholera sagte, die Anwendung von Kampfer, also jetzt nicht im C200, wie dieser wunderbare Kollege, jetzt gerade im Iran diese ganzen Leute heilt mit Kampfora, super, lest euch das durch, ich glaube bei Narayana sind die veröffentlicht, große Klasse, Kotau, 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 also darum hatte ich auch vor dieser Krankheit überhaupt keine Angst. Ich bin Homöopath, ich habe Angst vor dem, was die Angst anrichtet, eine da niederliegende Wirtschaft, totale Gewalt in den Ehen, geschlagene Kinder, völlig überforderte Familiensysteme, davor habe ich Angst. Das macht mir gerade auch meine Praxis wahnsinnig voll, weil ich ständig die Eltern reguliere, den Kindern Tuberkulinum, und Stramonium gebe, damit sie nicht mit der Kettensäge Vaters Heimwerkbank zersägen. Ich habe schon mehrere Gewalttaten in der letzten Woche verhindert mit der Homöopathie und anderen regulativen Techniken. Und mein Wunsch wäre wirklich, dass die Homöopathie diese uralte, magische, aber trotzdem verifizierbare Medizin, dass die ihren Platz kriegt und dass unsere Mutti Merkel einfach auch, mal sieht, die Homöopathen tun ihr nichts. Die würde Milliarden sparen, selbst wenn das nicht immer hilft, aber ich hatte letztens mal Gespräch mit jemandem von einer großen deutschen Krankenversicherung. Unvorstellbar wird es gewesen, noch vor fünf Jahren. Der hat, ich sage jetzt weder Namen noch Amt, der hat meinen United for Heal Kongress gesehen, wo ich angedeutet habe, dass manche Homöopathen meinen, dass Brionia ein Mittel sein könnte, Genius Epidemicus etc. Ich habe mir diese ganze psychologische Situation angeguckt, Anfang beim Klopapier Hamstern, Brionia sechswertig, ja, und habe gesagt, ja, Brionia fühlt sich gut an. Dann sagt er, naja, und könntest du denn mal zu so einer Sitzung da von unserer Krankenversicherung kommen und das mal meinen Kollegen erzählen und wir könnten doch unseren Patienten kostenlos jetzt mal Brionia 10, 30 zukommen lassen. Ich dachte, öffentliche Krankenversicherung? Hatte der eine Marienerscheinung? Nimmt der gerade Drogen? Nein, ich weiß, die sind hilflos und der hofft, dass es denen Milliarden erspart, was es wahrscheinlich zu ihr tun würde. Wobei, ich darf es ja nicht behandeln, aber das wäre sehr profilat. Und dann habe ich aber gesagt, nee, 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 ruf mal beim Zentralverein homöopathische Ärzte an, lasst dir dann kompetenten Kollegen sagen, der kleine Schatzschamane Krüger ist wahrscheinlich nichts für eine Beratertätigkeit bei so einer Krankenversicherung. Aber das wünsche ich mir. Ich meine, eins muss ich wirklich sagen, das Schlimmste, was passiert nach Brionia C30 ist, dass nichts passiert. Wenn wir aber dadurch 20 Tage kürzere Quarantäne hätten, 10 Kinder weniger, die aus dem Fenster geworfen worden sind, 1000 Ehen weniger, die erschienen worden sind und vielleicht 100 Leute weniger, die an ihrer Lungenentzündung gestorben wären, dann wäre das doch der größte Segenszug, den die Homöopathie jemals gehabt hätte. Und was ganz lustig ist, die Idee von Hahnemann, die ist ja aufgenommen worden, Hahnemann hat richtig eine Schrift gemacht über die Anwendung des Kampfers bei Cholera und bei der, das hat dieser Kollege ganz schön gepostet, dessen Frau näht jetzt Kampfer-Säckchen und dann haben die tatsächlich bei der spanischen Grippe sich so Kampfer-Säckchen um ihr herhangen und angeblich, jetzt sagt natürlich die Wissenschaft, da gibt es keine richtigen Statistiken drüber, aber angeblich haben die diese Kampfer-Säckchen getragen, haben, viel weniger schwere Grippe gekriegt wie die normalen, also ey Mann, da gibt es so viele Möglichkeiten und wir haben so tolle Homöopathen, großartige Homöopathen, anthroposophische Mediziner, chinesische Mediziner, ich wünsche mir als Benefit dieser Erkrankung, dass die Delfine in der Bucht von Venedig bleiben, weil das wäre ein Zeichen, wir haben was gelernt, wenn die nach vier Wochen wieder weg sind, weil da wieder diese riesen Kähne kommt, dann kommt in einem Jahr der nächste Corona, Mutter Gaia hat die Nase voll, die sagt, ihr macht mir meinen Planeten nicht mehr weiter immer kaputt, vorher schaffe ich euch ab, und das Zweite ist, ich möchte, dass Herr Droste und einer unserer führenden Homöopathen oder Homöopathinnen gemeinsam um ihr gegenseitliches, selbst wenn sie einen fremden Willen haben oder ein anderes wollen, dass sie beide darum ringen, und ich finde den Droste so sympathisch, ja, und sein Nachfolger in seinem Institut, wo er war, bevor er nach uns berlin, der ist ein total toller, das sind tolle Menschen, ich glaube nicht, dass das alles Pharmaagenten sind, ich glaube das wirklich nicht, da gibt es ja die wildesten Verschwörungstheorien, da würde ich mich sofort vor Herrn Droste stellen, würde sagen, ey Mann, du hast die Wahl der Waffen, aber du nimmst diesen Vorwurf gegen diesen Mann zurück, ich halte Herrn Droste dafür total ehrlich und total seriös, aber er hat seine Form des Denkens und in dieser Form des Denkens kommen Kampferbeutelchen einfach nicht vor, da kommt auch Kampfora C30 nicht vor, da kommt auch nicht Louisinum, ich finde diese Erkrankung total ethisch, was hier passiert, alles wird zerstört, ja, ey Mann, das wünsche ich mir, es ist für mich der Heilungsschritt von Corona. Und mit allen Homöopathen, mit denen ich spreche, ist ja auch ganz klar, wir wollen ja auch nichts ersetzen oder irgendwas dafür abschaffen, wenn wir mitarbeiten dürfen. Nein! Es würde ja nur schon reichen, wenn der Patient die exakt gleiche Behandlung bekäme, die er aktuell bekommt, plus, es geht ja nur um plus, oder? Und es ist noch so kostengünstig, dass man nicht mal sagen kann, wir könnten uns das nicht leisten. Ich würde das umsonst machen. Korrekt, ja, das kommt nur dazu. Weißt du, ich arbeite ja ganz viel mit Timelines, das sind so schamanische Formate, wo ich habe ich gesehen, ja, gibt es ja jetzt bei, und da habe ich glaube ich heute oder gestern habe ich eine Timeline gemacht, zum 1.7. diesen Jahres, Corona-Krankheit ist überwunden. Und bei meinen Timelines gibt es an jeder zweiten Ecke eine homöopathisch, chinesisch, naturheilkundlich, radionisch, radionisch begleitete Volksambulanz, ja? Großartig. Mobil? Natürlich dicken wir die Erkrankten zu den Ärzten und ins Krankenhaus. Super. Bei uns im anthroposophischen Krankenhaus Havelhöhe haben sie eine wunderbare Corona-Ambulanz gemacht, ja? Aber wir könnten auch testen, brauchst du eine Vorbeugung, ist für dich gut, melken zu lutschen, oder nach Rosina Sonnenschmidt alle drei Stunden zwei Tropfen Eukalyptus zu nehmen, oder ein Kampferbeutelchen, die nähen unsere Engelwölfe und unsere SHS-Homöopathen gerne, ja? Lasst uns drei Millionen Kampferbeutelchen verteilen und trotzdem können wir Antikörpertests machen. Korrekt, ja, genau. Ich finde es so schade, dass wir darauf verzichten. Möge doch Melanie, Frau Dr. Merkel, im Traum erscheinen und sagen, ey Mann, du bist so eine tolle Frau, so emanzipiert, so wie ich damals auch war. Trau dich doch zu sagen, du holst dir auch mal die Homöopathen oder die chinesischen Mediziner oder die klassischen Naturheilkundler. Einfach mit ins Boot, das wäre doch super. Das wäre super. Vielen Dank, Andreas. Das hat mir wieder gut getan, mit dir zu reden. Da bin ich immer hinterher wie so ein bisschen beschwingt. Freue ich mich. Midorinum C200, beschwingt nach Krüger. Ich danke auch allen Zuschauern. Wir hatten relativ viele, Andreas, sage ich dir nachher noch. Oh, voll. Es waren wirklich einige dabei. Wir haben auch alle, vorzu, Martin war dabei, der hat ein paar Links gepostet schon. Die sind auch fast alle da dabei, was wir erwähnt haben. Also auch allen, die zugeschaut haben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das hat uns beiden sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das hat man gemerkt. Das kann ich total prima. Das Video bleibt auf dem Kanal für immer, solange der Kanal da ist. Du kannst es auch teilen auf meinem Kanal jetzt. Genau, du kannst es nachher noch teilen. Und es wird auch für die Leute, die nicht im Facebook sind, nachher die Audioformat im Podcast erscheinen. Und ich werde das Video auf YouTube hochladen. Dann kannst du es dann noch dir hinzufügen. Super, freue ich mich riesig. Danke an alle und einen schönen Abend. Ja, und vor dir nochmal Chapeau, Chapeau, Chapeau für deinen Mut, mit Krüger so ein Video zu machen. Gerne. Also, ciao, ciao. Mach's gut. Tschüss, ciao. So, ich gehe raus, ja? Marvin? Ja. Tschüss. Ich hau ab, ja? Tschüss.